Bibi ist so ziemlich für jeden Spaß zu haben. So auch in der aktuellen Booty Challenge, bei der es darum geht, einen Becher auf seinem Hintern zu balancieren und diesen dann mit einem kleinen Hüftmove in der Luft umzudrehen. Die YouTube Queen griff jedoch nicht zum Plastikbecher, sondern direkt zum Martini-Glas. Das Chaos ist vorprogrammiert, aber Bibi lacht und auch uns bringt dieser Fehlversuch zum Schmunzeln.